Wir gehen hier gleich mal. Also zu deiner Kritik an Anna Carl Peppers neuester musikalische Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ja, so schnell kann man sich umknallen. Oh, da weiß ich nicht. Hm, Auto-Hacker kann ich aber noch nicht herstellen. Ok. Oh, da gibt's ja. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Nee? Ok. Ich seh. Gut. Was, ich muss nicht hier lang? Oh, die Tür ging doch nicht auf. Kaputt. Ja. Du wirst doch, dass es eine gute Idee ist. Hallo? Ok, ich fahre jetzt nach oben. Nein, nein, nein! Mistico. Bitte. Oh, hey! Oh, hey! Oh! Alhegro! Oh, das war. Oh, das ist es echt. Oh, das war die Mitte. Das war die Mitte. Oh, das war die Mitte. Oh, was ich einmal gesagt? Ich mache jetzt mal die Mitte. Alles was ich? Das war das, was ich? Pristo! Pristo! Nein, nein! Ich versuch's ja! Bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Nein, nein, nein! Das ging schneller, als ich gehofft hatte. Komm jetzt runter, kleine Motte! Leben! Tod! Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen! Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an! Nimm deine Kamera! Fotografiere ihn so wie er jetzt ist! So will ich ihn in Erinnerung behalten! Na gut! Weil du's bist! Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt! Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte! Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk! Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen! Jaja, ich weiß schon mal, ob ich da vorlaufen soll, du Arsch! Jaja, ich weiß schon mal, ob ich da vorlaufen soll, du Arsch! Okay, jetzt sind die viele, okay! Vielleicht hätte ich mir das Rungespring gesparen können aber! 4 Wetten! Ja, hacken. So, da... Was ist das, wo die Böse heißt? Hier muss man... ...biss hier auch. Hier muss ich auch gehen. Das heißt, Bösen... Was ist immer da oben? Ja... Das ist der einzige, was da liegt. Ne, das sind noch Leichen. Ohja... Was für eine herausragende, athletische Leistung! Treuerlampen hatten weniger beim Hecken. Gut, packen wir doch da, äh... ...für das da rein. Gut. Gut. Beweil auf das. So, so. Aber Sherlock, ich kann warten! Ich warte bereits schon, Sherlock! Du klingst genau wie sie! Du klingst! 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 Willst du nicht willig? Bist du nicht willig? So brauche ich Gewalt. Ah ok das war ich hier ne? 2 Stück. Die Frage ist, schießen die auch nicht auf mich wenn ich am... Ich glaube nicht. Naja schießt. Token Chips. 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 Das ist ein lebensverletzender. Das ist ein lebensverletzender. Ja! Alles geil. Alles weg und gar nicht. Ja, ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Abfall. Abfall. Es geht ja zu viel. Abfall. So, wo soll ich jetzt hin? Versuch mich umzubringen, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mutter. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht dran konzentrieren kann. Ah ja. Wir haben noch eins, zwei, drei Räume zum untersuchen. Vier Räume. Ich hab' ihr hier... Ich hab' ihr hier... Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon. Mein Meisterwerk. Huch schon. Hab' keine Angst. Wer eure ist. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, Kleinfurt. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und... Ryan... Kennenlernen. Okay. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Nein. aja... Ehhh... Okay Poseidon Plaza. Jo� vielleicht hab der Glück например vorhin öffnet. Da war das doch? Warte mal. Wo war denn das? War das unten irgendwie? Äh... Genau, dahinten. Das war... Okay. Nee, hier ist was. Wann ist das? Oh, Mensch. Ich will nur jemanden kennen, Hermann. Aber es gehört in die Stadt. Ich will die Rolle, du Schwein! Oh! wohhh oh oh das ist die 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 ok da komme ich da nicht rein, den muss ich wahrscheinlich dann ganz nicht ja, da raufhin Poseidon ich kann deinen atem sehen du glaubst du kannst mir hier drinnen geben Eben, du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, hab ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sanderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Burensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Nein. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Okay, also ich kann sie entweder zerschlagen, wenn sie geboren sind. Das war das Hirsch. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrighon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Ein Foto. Bitteschön. Ich fühle mich schon voll. Vielen Dank.